Christian Polanz hat in seinem Podcast Let's Talk About Dance viele spannende Geschichten über seine Zeit mit Carmen Geis zu berichten. Im Jahr 2014 trat Christian Polanz bei Let's Dance mit TV-Star Carmen Geis an, eine Zeit, die ihm noch immer im Kopf ist, wie er in der 18. Folge seines Podcasts Let's Talk About Dance verrät. Am Ende schieden die beiden im Halbfinale aus und landeten auf dem dritten Platz. Polanz ist überzeugt, dass mehr drin gewesen wäre, hätte Geis ihre Nervosität in den Griff bekommen. Die Geissens Skurriles vom Let's Dance Training mit Christian Polanz Das war schon sehr speziell, sehr skurril, aber auch sehr witzig. So wie die Geissens nun mal sind, erzählt Polanz. Es habe schon damit angefangen, dass er den Flug zum Kennenlern-Dreh, damals gab es noch keine Kennenlern-Show, verpasst habe. Robert Geis stand am Grill, denn das Training mit der Glamour Lady fand im Ausland statt. Die erste Zeit haben wir in Monaco trainiert und am Wochenende in St. Tropez in der Villa Galsini. Es war sehr spannend, auch mal so eine Welt kennenzulernen, erinnert sich Polanz an Helikopterflüge vom Flughafen zum Anwesen der Familie, aber auch an Robert Geis, Grillkünste. Es war toll bei Garmen, Robert, Davina und Schenae zu Hause zu sein. Am Wochenende gab Rinderfiletstückchen selbst vom Meister gegrillt. Let's Dance, Starr Christian Polanz brachten Monacos Preise ans Limit bei den Geissens zu essen war zumeist die beste Wahl. Monaco stellt man sich natürlich toll vor, aber was dir keiner sagt, ist, dass du für Nudeln mit Tomatensauce schon einmal 20 Euro abdrücken musst. Und wenn du dann auch noch so erdreistet bist, und vielleicht noch ein Fitz-Elchen-Gemüse in deiner Pasta haben willst, ja dann drückst du da mal richtig Kohle ab. Und wenn du sogar noch ein Schinkenstück mit drin haben willst, dann ziehen wir dich nackt bis aufs Höschen aus, zumindest was das Geld betrifft. In Monaco zu trainieren war zwar super schön, allerdings sei das Reisen zu den Live-Shows in Köln dafür umso anstrengender gewesen. Letztendlich ist es das Beste, in Köln zu bleiben, das ist das Angenehmste für alle, weiß der Profitinzer aus Erfahrung. Leider geht das manchmal nicht wegen Familie und Co. Das verstehe ich auch, wie er ergänzt. Das ist das Beste, in Köln zu bleiben.